... mit Cover-Songs ihrer Lieblings-Hits. Das ist die Springfield unter anderem, das ist sehr gut, das ist toll. Und zwei neue Titel sind auch noch mit drauf und das Album stelle ich Ihnen vor. In der nächsten Stunde gehen Sie nach Sie und dann zusammen rein. Jetzt zum Job bei WDR 4. Und dann in der Kuh, schönen Abend.